Wie sieht es später einmal aus? Wie ist die Erde von morgen? Ich wünsch uns allen zu leben in einer Welt ohne Sorgen. Und singen wir hier ein Lied für euch, haben wir heute eine Bitte an euch. Bitte bewahrt für euch und für uns ein Morgen, ein Morgen. Lasst uns doch da noch streben, in Frieden zu leben. Auch morgen, auch morgen. Wo wir tanzen und lafen, Gemeinde, was wachten. Lass mal alle, die der Hand in Hand gehen. Geht uns da für ein Morgen und die Welt wird für uns und euch schön. Für uns und euch schön. Danke, Herr. Vielen Dank.